Hallo Leute, hier ist wieder euer Jimnox und heute zeige ich euch einen kleinen Bug mit dem TNT in der Minecraft Version 1.3.2. Was braucht ihr dafür? Vier Redstone, eine Torch und ein wenig TNT. Was müsst ihr machen? Ihr setzt das Redstone so hin, eine Redstone Torch daneben. Ah, die setzen wir gleich erstmal. So, TNT-Block wird nicht gezündet. Jetzt passt mal auf, was passiert. Das TNT-Block verschwindet. Wenn ihr jetzt in die Luft fliegt, wird der Boot nicht geupdatet, sondern nur die Items fliegen nach oben. Die lassen sich teilweise nicht mal mehr aufheben. Wenn wir jetzt aber trotzdem wollen, dass hier unten was passiert, brauchen wir einfach nur rechts klicken. Ich hatte jetzt gerade Schneebälle in der Hand, die wurden natürlich geworfen. Und dann wird immer der Block, den wir gerade anvisieren, aktualisiert und merkt, hey, ich bin eigentlich gar nicht mehr da. Auf jeden Fall, das ist ein kleiner Bug hier in Minecraft Version 1.3.2. Der Jimox haut da rein.